Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Follow Me Around und zwar ist es heute in Hamburg hier am Jungwunsch-League. Hier findet ihr die liebe Epic Cats. Auf diesem Kanal könnt ihr auch mal vorbeischauen. Wir sind vor etwa 2-3 Stunden hier in Hamburg angekommen im Hauptbahnhof. Das ist da drüben irgendwo. Jetzt waren wir noch im Hotel, waren noch kurz was zu trinken. Und jetzt sind wir hier am höchsten Stieg um 7 Uhr abends bzw. nachmittags. Die Sonne ist übelst geil jetzt gerade. Das Licht muss auch jetzt geil auf dem Video aussehen. Es ist warm, entgegen unseren Erwartungen. Also ich dachte nicht, dass es kälter wird, aber ich finde es gut so. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann erst für morgen. Ja, das ist dann der Freitag, weil heute ist jetzt Auffahrt, Donnerstag. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen und tschö. So, da sind wir wieder am Jungwunsch-Stieg wieder mal, aber heute ist jetzt der Freitag. Wir waren jetzt schon dort hinten essen, in dem Alex Café. Das war auch sehr gut, fand ich. Man muss nur sehr lange anstehen fürs Essen, weil es war Buffet. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nachher wieder, weil jetzt gehen wir shoppen mit unserer Mama. Weil ich brauche noch Wandelschuhe und ich brauche vielleicht eine Jacke. Ich schau mal. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns nachher wieder. Bis dann. Tschüssi. So, da bin ich auch schon wieder am Jungwunsch-Stieg. War vor dem Shoppen, jetzt ist es 6 Uhr, also 5 Uhr vor. Hier ist jetzt schon relativ viel los. Ich muss jetzt schauen, dass ich hier gut filme. Weil ich bin alleine gerade und ja, ich hoffe, dass jetzt alles gut ist. Weil diese, äh, die kennen eher 500D und ja, keine ausgefahrenen Bildschirm. Das heißt, ich kann auch nicht aussehen. Aber ja, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde schocken. Aber das könnt ihr in einem anderen Video, in einem anderen Abteil dann sehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. Also, tschüssi. Tschüssi. So, jetzt sind wir auch schon hier wieder zurück an der Binnenalster. Heute ist jetzt der Samstag. Hier weht eine kleine Brise. Ja, keine Ahnung, ähm. Hier gehen jetzt noch mal die Tom Taylor für sie noch Schuhe kaufen. Wahrscheinlich. Weil sie brauchen unbedingt für heute Abend. Und ich würde sagen, sehen wir uns entspätestens wieder heute Abend. Wenn wir dann ins Musical gehen, fänden wir auf die Opera. Auf die Opera heißt das ganze Stück. Auf die Opera. Und ja, wir sehen uns jetzt noch mal ein bisschen gehen zu Taylor. Und sagen wir sehen uns nachher. Tschüssi. So, das ist ja auch schon im letzten Take hier von Hamburg. Wie immer am Jungenstieg. Fast immer. Und ja, das Wetter ist jetzt nicht so gut. Und heute reisen wir jetzt auch schon etwa eine Stunde ab. Was ich sehr schade finde. Aber die Zeit geht vorbei. Und ja. Ähm. Ich würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Video dann wieder. Hoffentlich kommt nächste Woche die Videos wieder regelmäßig. Weil letzte Woche kamen sie wahrscheinlich nicht regelmäßig. Wegen halt Hamburg. Und äh. Äh. Ich weiß nämlich nicht auch, wie sie nächste Woche kommen. Aber ja. Es ist mir halt egal. Äh. 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 Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Hoffentlich wieder ein Reelive Video. Vielleicht auch ein anderes. Reelive kommt und wird immer samstags. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Schaut bei der Epikets vorbei. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.